Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ChrisKollenGardenVlog. Wie ihr an der Videoüberschrift schon sehen könnt, möchte ich euch einen Rückblick zur Saison 2016 geben. Dazu wird es voraussichtlich drei Videos geben und im ersten Video möchte ich euch zeigen, welche Fische ich aus dem Teich herausgeholt habe und in meinen Naturteich gesetzt habe. Im zweiten Video seht ihr neue Koi, die ich mir gekauft habe und im dritten Video könnt ihr dann einige Teichimpressionen aus der vergangenen Saison sehen. Im ersten Video werdet ihr nun, wie gesagt, die Koi sehen, die ich aus dem Koi-Teich herausgefangen und in den Naturteich gesetzt habe. Viel Spaß beim Video. Koi-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich Koi-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich Koi-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Teich-Te Untertitelung des ZDF, 2020